Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieder, nach dem Schäfchenzellen. Keine Ahnung, was das ist. Sieht mir nach einem fliegenden Ding aus. Kaum vertrauenserweckend. Zumindest bin ich noch nicht darin abgestürzt. Aber so sicher bin ich mir nicht mehr. Der gleiche Traum, zum tausendsten Mal. Aber ich erinnere mich an nichts. Das ist vermutlich auch ein Teil davon. Aber immerhin besser, als jetzt aufzustehen. Ich habe meine Wen hasse ich am meisten Liste noch nicht fertig. Okay, liebes Gehirn, lass es uns tun. Tatsächlich wollte ich Pilot werden. Aber dafür fehlt mir der stabile Magen. Als sie mich nach dem Simulator in ein echtes Flugzeug steckten, mussten wir uns alle neue Hemden besorgen. Das war vielleicht ein Gestank. Seht nach meiner zweiten Chance aus. Ich bin schon kalt drin. Die Wirkstraße. Seht pastiert uns. Nein, nichts zu machen. Das sieht mir nach Pfusch aus. Ein schöner Schlüssel. Schön nutzlos. Eine sehr verschlossene Tür. Was ist da drin? Warum geht das nicht auf? Was ist da drin? Es ist zu. Warum geht das nicht auf? Was ist da drin? Wie funktioniert das? Muttis schlaues Kind eben. Eine sehr verschlossene Tür. 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 Es hat nichts gebracht, sie sehr lange anzustören. Es hat nichts gebracht, 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 es hat hat, es hat, es hat, es hat, es hat, es hat, es hat, es, es hat, 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 es, es hat, es hat, es hat, es hat, es hat, Es ist zu. Es ist zu. Was zum… Es ist zu. Es ist zu. Es hat nichts gebracht sie sehr lange anzustarren. Es ist zu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine sehr verschlossene Tür.